Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm das Wort, das Wort, das Wort. Und sag mal deinem Nachbarn oder deinen Nachbarn, dass sie im besten Restaurant der Stadt sind. Wir essen hier gut, oder? Praise God. Und lass uns sehen, wenn du keine Bibel hast, ich glaube wir können eine irgendwo finden. Ich habe 30 Bibeln aufgetragen. Können wir noch irgendwo Bibeln auftreiben für die, die noch keine haben? Es sind welche nachbestellt worden. Du kannst die Bibel haben. Also wenn es eine ist, wo noch keiner irgendwas reingekritzelt hat. Also ich habe 30 Neubestellungen von neuen Bibeln gemacht und wir warten, dass sie eintreffen. Wir möchten, dass jeder eine Bibel hat. Wir glauben an die Bibel. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir Evangelisationen haben, dann halte ich auf der Bühne meine Bibel hoch und ich sage den Leuten, wenn ihr der Bibel glaubt, kann ich euch helfen. Wenn ihr das nicht glaubt, dann gibt es nichts, was ich für euch tun kann. Denn das hier ist die Wahrheit und das setzt die Leute frei. Amen. Vater, wir danken dir für dein gewaltiges Wort. Wir danken dir für die großen Zeugnisse heute. Vater, wir danken dir für den Lobpreis, den David als Beispiel für uns gegeben hat. Er hat sich selbst in dir ermutigt. Er hat dich gepriesen. Mittendrin im Sturm. Und wir danken dir für das Zeugnis auch von Paulus und Silas. Sie priesen dich mittendrin im Sturm. Und in beiden Fällen, also David, genauso wie Paulus und Silas, sie kamen aus ihrer Situation im Sieg hervor. Und das sagen wir auch. Gott sei Dank. Dir, Vater Gott, sei unser Dank, der uns alle Zeit, nicht gelegentlich oder hier und damals, sondern immer im Triumphzug führt. Wir kommen immer im Sieg hervor. Halleluja. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube an Jesus Christus. Und Heiliger Geist, du bist der Autor der Bibel. Du zeigst uns Zukunftiges, was kommt. Und du erinnerst uns auch an das, was wir gelernt haben. Und du bist der, der Offenbarung schenkt. Und wir beten, dass du das auch heute hier tust. Sprich zu jedem Einzelnen hier in dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Bevor ich in die Botschaft reingehe, für diejenigen von euch, die diese Woche mit dabei waren, wir haben über den Pfahl oder den Stachel im Fleisch des Paulus gesprochen. Und ich ermutige euch, wer diese Lehre nicht gehört haben sollte, der möge sie sich doch schnellstens holen. Denn es war richtig voll geladen. Und es sind acht Botschaften geworden und wir sind gestern Abend damit fertig geworden. Der Stachel im Fleisch des Paulus war nicht irgendeine komische oder verrückte Augenkrankheit. Sondern es war Widerstand, der durch religiöse Verfolgung gegen ihn kam. Der von den Juden her kam, aber auch von den heidnischen Leuten aus den Griechischen. Und es waren Leute, die sich falschen Geistern hingaben. Und der Teufel hasst das Wort. Und Paulus hatte das, was das Geheimnis genannt wird. Was besonders für, oder speziell für das Gemeindezeitalter aufgehobene Offenbarung war. Nämlich die Offenbarung davon, wer wir in Christus Jesus sind, wenn wir von Neuem geboren wurden. Und das Kernstück, das Herz davon, kann man in den neutestamentlichen Briefen finden. Und Paulus war der, der zwei Drittel der neutestamentlichen Briefe geschrieben hat. Und ohne diese Offenbarung kannst du kein starker neutestamentlicher Christ sein. Es geht nicht. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament hatten sie nicht den Geist Gottes in sich drin. Sie waren zwar errettet, aber sie hatten noch nicht den Geist Gottes in sich. Im Alten Testament waren sie Knechte, die Gott dienten. Aber im Neuen Testament sind wir Söhne und Töchter. Und da ist ein Unterschied. Im Alten Testament war der Heilige Geist bei ihnen. Im Neuen Testament ist er in uns drin. Und als ein Christ lernen wir, vom Innersten nach außen hervorzuleben. Euer menschlicher Geist ist vollkommen gemacht worden. Wenn du von Neuem geboren wurdest, dann hat die ganze Sünde dich verlassen. Sie hat deinen menschlichen Geist verlassen. Und das war ja genau das, was dich von einem heiligen Gott getrennt hatte. Aber dann bist du mit Gottes Gerechtigkeit gerecht gemacht worden. Ich rede hier nicht von deiner Seele. Und auch nicht von deinem menschlichen Körper. Aber in deinem menschlichen Geist bist du vollkommen neu geschaffen worden. Und dann kommt das Wort daher und zeigt du, wer du wirklich geworden bist. Und das ist es, womit die Briefe voll sind. Versteht ihr das? Und dann ist es, vom Innersten nach außen, dass sich alles in deinem Leben dann verändert. Nun, wir haben hier wirklich gewaltige Lehrbücher, die wirklich helfen, diese Briefe zu verstehen. Und diese Bücher sind geschrieben von E.W. Kenyon, weil Kenyon das gesehen hat. Er sagte, das ist sozusagen das Fleisch, das Steak des Wortes. Und wenn du das kriegst, kannst du zurückgehen und erkennen, dass Jesus die Offenbarung davon war. Das ist es, was man in den vier Evangelien, Markus, Lukas, Johannes und Matthäus hat. Da kann man sehen, dass Jesus das hatte und vorbereitete. Und dann geht man zurück ins Alte Testament und man sieht das alles dann in Typen und Schattenbildern. Das, wer du bist in Christus Jesus. Ich möchte also kurz euch diese Bücher mitteilen und nochmals, ich will das betonen, diese Lehrbücher ersetzen in keinster Weise die Bibel selbst. Das sind lediglich Lehrbücher. Man nimmt diese Bücher mit der Bibel zusammen. Und dann liest man da drin und liest in der Bibel, man liest weiter in den Büchern und liest in der Bibel und dann nimmt man das alles zusammen. Hier zum Beispiel der wunderbare Name Jesus. Oder die zwei Arten des Glaubens. Gottes Glaube ist in euch drin. Und er selbst hat kein Problem damit, sein eigenes Wort zu glauben. Oder hier die zwei Arten der Gerechtigkeit und das ist auch ein Hammer. Da wird dir gezeigt, dass du tatsächlich die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bist. Und hier die neue Art der Liebe und hier geht es um die Agape, die Liebe Gottes so kraftvoll und dann die zwei Arten des Lebens. Hier dreht es sich um das Zoe-Leben Gottes so kraftvoll Das ist Johannes 3,16 wo es heißt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat und dieses ewige Leben ist das Zoe-Leben Gottes selbst. Und ich werde es selbst nie vergessen, als ich diese Offenbarung ergriffen habe. Denn wisst ihr, ich bin ja schon von neuem geboren worden, als ich sieben Jahre alt war. Ich kannte die alttestamentlichen Geschichten, wisst ihr, all diese Geschichten, wo ja wirklich Großartiges drin war. Und ich kannte die Evangelien und das Leben Jesu. Aber dann, Zoe, Gottes Leben, was in mir ist. Ich habe dasselbe Leben in mir, was Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ich habe denselben in mir, der die ganze Welt erschaffen hat. Ich kann mich heute noch daran erinnern, als ich ungefähr im Alter von Miriam, wie sie heute ist, in der Schule umhergegangen bin und gesagt habe, ich habe Gott in mir, ich habe Gott in mir. Halleluja. Halleluja. Und hier, der verborgene Mensch des Herzens, wer du wirklich bist in deinem menschlichen Geist, wenn du von Neuem geboren bist. Und hier, der Blutbund. Wir haben darüber eine ganze Klasse in der Bibelschule. Wirklich kraftvoll. Und hier, die zwei Arten der Bekenntnisse. Wirklich richtig starke Bücher. Und ich ermutige euch, jeder sollte diese Bücher haben. Wenn du sie nicht alle auf einen Schlag holen kannst, dann hol sie dir Stück für Stück, verschling sie und sie werden dir ein großer Segen sein. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Bücher hier in deutscher Übersetzung haben. Das ist wirklich ein Schatz hier. All diese Leute, auf die wir uns ja gelegentlich beziehen, die ihr vielleicht auch kennt, Joyce Meyer, Charles Capps, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin und so weiter. auch T.L. Osborne und Reinhard Bonke. Sie alle haben auf die eine oder andere Art und Weise hier Wurzeln gehabt. Und das war es, was ihre Leben verändert hat. Es hat das Leben von T.L. Osborne verändert. Also wie auch immer, ich ermutige euch damit. Wir haben großartige Bücher und stellt auch sicher, dass ihr eine gute Bibel habt, denn das ist das Allerwichtigste von allen. Amen. Halleluja. Halleluja. Okay, ihr könnt heute eure Bibel aufschlagen und wir sind ja dabei, aus der Apostelgeschichte zu lernen. Und wir werden heute damit weitermachen. Gott hat uns sehr viel gegeben. Wir sind seit mehreren Wochen dabei, jeden einzelnen Abend zu lernen. Es ist ein Segen, das zu machen. Und ich bin froh, dass wir wirklich empfangen konnten. Halleluja. Okay, also Apostelgeschichte Kapitel 9. Und ich möchte, dass wir anfangen zu lesen im Vers 16. Halleluja. Get my notes here. There we go. Thank you. Paul has just gotten born again. Paulus ist hier erst frisch von neuem geboren worden. Jesus war ihm erschienen on the way to Damascus. He had he was responsible for Stephen's death und er war verantwortlich für den Tod des Stephanus. Und das war der Punkt, wo wirklich die Verfolgung gegen die Gemeinde gestartet wurde. Und er war ein Pharisäer der Pharisäer. Und er war höchst respektiert. und seine Freunde waren Leute aus der high society sozusagen. und er hasste die Christen wegen dem, was sie sagten. Was sie predigten. Was sie taten. Sie sagten den Menschen, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber er ist zurückgekommen. Und er kam aus einem Grund zurück. Denn er starb am Kreuz um sich um das Sündenproblem der Menschheit zu kümmern. Der Mensch konnte ihn nicht töten. sondern dafür musste Jesus selbst sein Leben erst aufgeben. Und als er das tat, dann haben sie ihn gekreuzigt. Und am Kreuz wurde er dann zum Fluch. Der Fluch der Sünde, der Fluch der Armut und der Fluch der Krankheit. Und wir sind erlöst worden. Keine Krankheit mehr, keine Armut mehr und keine Sünde mehr. Und durch Jesus ist der Mensch gesegnet. Ihr seid gesegnet mit Beziehung mit Gott. Er ist nicht Gott irgendwo weiter draußen, sondern er ist ganz persönlich dir, ein Vater. Und wir sind in seiner Familie. Das ist also, was die Glaubenden predigten. Sie führten den Auftrag aus, den Jesus ja den Jüngern gegeben hatte, nämlich hinzugehen und überall das Evangelium zu verbreiten. Und die Menschen sind überall in der ganzen Stadt Jerusalem von neuem geboren worden und sie haben, wie es auch berichtet wird, die ganze Stadt mit dieser Lehre erfüllt. Und die Gemeinde ist wirklich groß angewachsen. Und eines Tages ist Petrus durch die Straßen Jerusalems gelaufen und überall, wo er hinkam, sind um ihn rum die Leute geheilt worden. Und wer war es, der das hasste? Wer wollte denn, dass das gestoppt wird? Es war nicht nur Saulus, sondern es war der Teufel. Er hasst das Evangelium. Er möchte nicht, dass Menschen von neuem geboren werden. Denn versteht ihr, er kann nicht in den Himmel reinkommen, weil er rausgeworfen wurde. Aber Gott hat den Menschen erschaffen, in seinem Ebenbild ihm ähnlich. Also sind wir hier als Teil seiner Schöpfung. Halleluja! Also der Teufel kann nicht zu Gott kommen und kann ihn nicht erreichen. Und so versucht er es auf die andere Art und Weise, dass er gegen Gott geht, indem er auf die Menschen losgeht, die Schöpfung sind hier von ihm auf der Erde. Also wenn all diese Menschen hier von neuem geboren werden und dadurch aus der Familie des Teufels reinkommen in die Familie Gottes, in das Königreich seiner Gerechtigkeit, dann sind sie damit eben nicht mehr länger auf ihrem Weg in die Hölle, sondern sie haben jetzt Beziehungen mit Gott und sind deshalb auf dem Weg zum Himmel. Also das war ein ganz, ganz großer Moment, wo er einen echten Albtraum verpasst bekommen hat. Und Saulus war voll mit diesem gesetzlichen, religiösen System und er sagte und das Wort berichtet über Saulus, dass er wirklich Bedrohung und Verfolgung und Mord gegen die Christen, gegen die Gemeinde schnaubte. Aber erinnert euch daran, als Stephanus starb, hat er für Saulus oder Paulus dann wirklich Fürbitte getan. Und ich glaube, dass die Gemeinde das Gleiche tat. Weil Jesus selbst ihnen gesagt hatte, betet für die, die euch verfolgen. Also er hat Jerusalem verlassen und er ist dann 250 Kilometer weiter nach Norden gereist, nämlich nach Damaskus. Und dabei hat er auch hohe priesterliche Autorität bekommen, die Christen aus den Häusern rauszuschleifen und nach Jerusalem zu bringen. Aber auf dem Weg dorthin, bevor er überhaupt in Damaskus ankam, passierte etwas. Jesus selbst tauchte bei ihm auf und er sagte, Saulus, Saulus, wie lange willst du noch gegen den Stachel ausschlagen? Und als Jesus da auftauchte, war die Kraft Gottes so stark gegenwärtig, dass sie Saulus flach zu Boden warf. Und die Leute, die mit ihm dabei waren, waren echt geschockt. Denn sie hörten eine Stimme, aber verstanden nicht, was geredet wurde. Aber Saulus verstand alles. Und er sagte, Herr, wer bist du? Die Antwort war, ich bin Jesus. Und das war dann der Moment, wo Saulus von neuem geboren wurde. Und als er schließlich und endlich vom Boden wieder raufkam, konnte er nicht sehen. Und so mussten sie ihn wirklich bei der Hand nehmen und führen. Sie führten ihn so nach Damaskus rein. Und er war so erschüttert, dass er drei Tage lang nichts mehr gegessen hat. Wisst ihr, wir glauben ja für derartige Manifestationen, dass sie auch heute geschehen. Amen. Amen. Und er betete. Und der Herr gab ihm eine Vision, dass da jemand kommen würde zu ihm, und nicht nur für ihn zu beten, dass die Blindheit wieder verschwindet, sondern dass er auch die Taufe im Heiligen Geist empfängt. Und Jesus erschien, dem Ananias, einer totalen Laienperson, eine Person, die niemand wirklich kannte. Also denkt mal drüber nach. Paulus auf der einen Seite dieser Mann aus der High Society und dann schickt ihm Gott jemanden zu, den niemand kannte. Er war ein ganz gewöhnlicher Christ. Er hat zum Beispiel in Ikea gearbeitet oder was auch immer. Bisschen Spaß. Er war halt ein ganz normaler Christ. Aber er war richtig kraftvoll. Und er kannte Gott und liebte Gott mit ganzem Herzen. Und Jesus sagte ihm dann, ich möchte, dass du hingehst zu Saulus, um mit ihm zu reden. Zunächst einmal hat Ananias gesagt, nee, das geht doch nicht. Und Jesus sagte, weil Ananias gesagt hatte, ich habe gehört von ihm, dass er hier ist, auf dem Weg nach Damaskus, um Christen gefangen zu nehmen. Und dann redet Jesus mit ihm und sagt, er ist auserwählt und er ist verändert. Er ist errettet worden. Oh, halleluja! Und er wird mein Evangelium vor Könige hintragen. Wow! Er wird mein Evangelium vor sein eigenes Volk bringen, vor die Juden bringen. Und er wird auch zu den Heidenvölkern hingehen. Und er sagte, Ananias ist nicht nur das, aber er wird viele Dinge, wenn er es tut. Und er sagte, Ananias ist nicht nur das, sondern er wird auch deswegen sehr viel leiden. Also die Verfolgung, die er selbst gestartet hatte, da ist er selber dann später auch durchgegangen. Wo es viele Male versucht wurde, ihn zu töten. Warum denn? Weil der Teufel immer noch dasselbe tat, was er anfänglich durch Saulus tat. Er wollte die Botschaft eben aufhalten. Und die Sache bei Paulus war, dass das Wort sagt, Und wir sahen das sowohl im Epheserbrief als auch im Kolosserbrief, dass es da Offenbarung gab, die für Generationen lang verborgen gehalten wurde, weil sie ganz speziell für das Gemeindezeitalter aufbewahrt wurde. Oder wir können es so sagen, aufbewahrt für eine neutestamentliche Zeit. Und das startete von der Zeit an, wo Jesus aus den Toten auferstanden war. Weil nach der Auferstehung Jesu Christi die Menschen die Neugeburt empfangen konnten. Im Alten Testament konnten die Menschen noch nicht Gott haben, dass er in ihnen lebt. man konnte Jesus anschauen und sagen, wow, mit seiner Beziehung Gott gegenüber ist was anders. Er war Gott, ja, er war aber auch Mensch. Und er hatte als Mensch eine Sohn-Vater-Beziehung mit Gott. Und wenn du von neuem geboren wirst, dann habe ich gewaltig gute Nachrichten für dich. Dann hast du dieselbe Beziehung mit Gott, die Jesus mit Gott hatte. Er ist dein Vater und du bist sein Sohn oder seine Tochter. Und deshalb sagte auch Jesus in Johannes 14,12 Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun und sogar größere als diese, weil ich zu meinem Vater gehen werde. Halleluja. Halleluja. Und nachdem Saulus, und wenn ich das sage, meine ich auch Paulus, weil sein Name ja später in Paulus verwandelt wurde, nachdem er also von neuem geboren war, ist das der Moment, wo wir jetzt hier die Spur wieder aufgreifen. Schaut euch Vers 16 an. Und Jesus ist hier im Gespräch mit Ananias, der sich vorbereitet, zum Paulus hinzugehen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Also er ist durch einiges durchgegangen. Und damit sage ich nicht, dass ihr auch durch dieselben Dinge durchgeht. Höchstwahrscheinlich vielleicht nicht. Aber ich will euch Folgendes sagen. Das Wort sagt, dass alle, die gottgemäß leben, Verfolgung erleiden werden. Es wird also Zeiten geben, wo die Menschen nicht das empfangen werden, was ihr zu sagen habt. Nun, das ist nicht das, was wir erwarten. Denn wir wollen ja so viel, wie wir nur irgendwie können, Menschen für Jesus gewinnen. Und wir wollen auch, so viel, wie wir nur können, Menschen die Chance dazu geben, die Neugeburt anzunehmen. Denn Gott liebt sie. Er will mit ihnen in Beziehung treten. Er will, dass sie die Ewigkeit mit ihm verbringen. Er will sie ja mit seiner eigenen Natur füllen, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Halleluja! Aber da war hier ein Preis zu zahlen, den Paulus auch bezahlte, in seinem eigenen Fleisch. Er ging durch ganz viele Dinge durch, aber er hat niemals aufgegeben. Und am Ende seines Lebens hat er seinen Lauf vollendet. Er hat mehrere Situationen erlebt, die ihn alle hätten töten können, aber er kam aus allen wieder hervor. Und jedes Mal, wenn die Versuchung wirklich da war, dass er aufgabe und aufhörte, dann konnte er es trotzdem nicht tun. Und wir lasen gestern Abend, dass da Leute waren, die sagten, er ist so töricht, dass er bereitwillig durch all das durchgeht. Er sollte einfach damit aufhören, irgendwas anderes machen, denn er musste ja nicht unbedingt durch all das durchgehen. Aber er konnte es nicht tun. Warum denn? Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, wegen dir. Denn er wusste ganz genau, dass Gott wollte, dass er uns diese Offenbarung gibt. Es gab Zeiten, wo er im Gefängnis endete. Und als er im Gefängnis war, saß er da drin nicht rum und feierte eine Selbstmitleidsparty. Es waren oft genau diese Zeiten, wo er dann diese Offenbarungen niederschrieb. Versteht ihr also, ganz egal, was der Teufel gegen ihn aufbrachte und wenn er ihn schlug, so wie wir es ja gelesen haben, dass er ihn schlug und schlug und schlug, nichts davon konnte ihn stoppen. Halleluja! Und sag deshalb mal auch deinem Nachbarn, nichts kann dich stoppen. Paulus hat gelernt, ich kann das nicht tun in meiner eigenen menschlichen Stärke. Aber ich habe eine andere Stärke in mir drin. Und er ist also so mit dem Heiligen Geist, in seinem eigenen menschlichen Geist war und ihn stärkte wirklich unterwegs gewesen. Um niemals aufzugeben, niemals zu stoppen. Er predigte das Evangelium, führte die Menschen so zur Errettung und gründete aus diesen Leuten dann neue Gemeinden. und das war es, was Gott ihm berufen hat, zu geben. Und seht ihr, mit den ersten Aposteln, wo Paulus inklusive ist in dieser Gruppe, dieser Kategorie von Aposteln war die Verantwortung übertragen, das Fundament neutestamentlicher Offenbarung zu legen. Sie sind berufen, die Apostel des Lammes. Versteht ihr das? Heute schreiben wir keine neuen Offenbarungen. Wenn irgendjemand daherkommt und sagt, ich habe eine ganz neue Offenbarung und du fragst dann nun, wo steht es denn in der Bibel? Ich habe keine Ahnung, es ist außerhalb der Bibel. Dann lauf besser schnell davon. Stell du sicher, dass das, was du glaubst, auch wirklich in der Bibel gegründet ist. Und wenn du irgendwas nicht im Wort finden kannst, dann wirf es weg. Denn die Bibel ist die absolute Quelle von Wahrheit für alles. Für Geschichte, für Mathematik, für Wissenschaft, für alles. Es steckt alles da drin. Für die Gemeinde, für die Gemeinde, für die Glaubenden, alles steckt da drin. Du gehst in allem zurück aufs Wort. Wir haben ein Buch von Dr. Caroline Leaf geschrieben. Sie ist eine der wirklich obersten und besten angesehensten Wissenschaftler im Bereich der Gehirnforschung in der ganzen Welt. Das wäre ein richtig gutes Buch für dich, Doktor. Du kannst es haben, wir geben es dir. Aber diese Doktorin, wann auch immer sie irgendwie forscht bezüglich des Gehirns, fängt sie immer an in Gottes Wort. von neuem geboren und getauft im Heiligen Geist ist sie. Und sie ist so eine kraftvolle Lehrerin des Wortes. Und sie geht in allem zurück auf Gottes Wort. Denn es steckt alles da drin. All deine Fragen, die du hast, sind in Gottes Wort beinhaltet und dort sind die Antworten auch darauf. Halleluja! Also schaut euch hier Vers 16 an. Da heißt es denn, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Vers 17 Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf. Nun denkt mal da drüber nach. Ananias, eine totale Laienperson und auf der anderen Seite Paulus, der der Verfolger der Gemeinde war. Und die Glaubenden in Gamastus wussten, dass er auf dem Weg zu ihnen war. Und dann kam Ananias zu ihm rein und Paulus konnte nicht sehen und dann legt Ananias ihm die Hände auf. Er legt seine Hände dem Paulus auf. Und er sagte, Saulus, ich habe ein Wort von Herrn für dich. Nummer eins, was heißt es hier? Bruder! Ich garantiere es euch, dass Saulus wirklich jubelte hier. Hier ist jemand, der weiß, dass ich von neuem geboren wurde, dass ich jetzt Christ errettet bin. Das hier war ein Christ, den drei Tage zuvor Saulus noch abgrundtief gehasst hat. Denn er war ja nur losgezogen, um solche Leute zu töten und das Ganze aufzuhalten. Und das Erste, was Ananias ihm begegnet oder ihm entgegnet, ist Bruder Saul. Und das ist die Liebe Gottes. Das ist Gott, der hier doch Ananias dem Paulus klar machte, willkommen in der Familie Gottes. das Erste, was ein Christ jemals zu Paulus gesagt hat, war, du bist mein Bruder. Wow! der Herr, Jesus, der dir erschienen ist. Also seht ihr, Ananias hat hier wirklich ein Wort vom Herrn empfangen. Er war nicht dort, aber er hatte darüber ein Wort der Erkenntnis empfangen. Es war eine ganz besondere Manifestation des Heiligen Geistes. Nummer eins, da war die Unterscheidung der Geister am Wirken, denn er hatte eine Vision erhalten. Und Nummer zwei, ein Wort der Erkenntnis kam. Ein Wort der Erkenntnis über etwas, was mit Saulus passiert war. der Herr, dieser Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkommst. Ich kann sehen, Saul schicken seine Hände. Das ist, was passiert. Ich kann förmlich sehen, wie Saulus seinen Kopf dazu zustimmend nickt und sagt, ja, das genau ist so passiert. Er hat mich zu dir geschickt, um mit dir zu reden. damit du wiedersehend wirst und dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Oh, Halleluja. Also er betete für ihn unter Handauflegung, dass er seine Sicht wiederbekommt und dann was? Erinnert euch an das, was Jesus sagte in Apostelgeschichte 1, 4 bis 8, da hat Jesus den Jüngern gesagt, diesen neuen Glaubenden, die von neuem geboren wurden und das kann man im Johannes-Evangelium Kapitel 20 lesen und was geschehen war, direkt nachdem Jesus eben wieder auferstanden war. Und er sagte, bevor ihr jetzt loszieht und predigt, empfangt die Kraft, empfangt dieses Dynamit, empfangt diese Taufe im Heiligen Geist. So Paul gets born again, but now he needs that power. Paulus ist also von neuem geboren worden, aber was er jetzt noch braucht, war eben genau diese Kraft. Und Gott schickte dann eine Laienperson, Ananias, nämlich hin zu ihm, um ihm die Hände aufzulegen, damit er genau diese Kraft empfängt. Und was passierte? Er hat es empfangen. Und was tat er? Er tat genau das gleiche, was auch sonst jeder tut. Er fängt an, in neuen Zungen zu reden. Hat er das gemacht? Nun, Paulus hat es im Korintherbrief ja geschrieben und hat gesagt, ich rede mehr in neuen Zungen, als ihr alle zusammen. Und er sagte, ich wünschte, dass ihr alle in Zungen redet. Nun, wann fing er denn an zu reden? Zur selben Zeit, wo jeder andere auch anfängt, wenn er die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Halleluja! Halleluja! So now he's got the power. Jetzt hat er also diese Kraft empfangen. He's born again, he's got the power. Er ist von neuem geboren und hat die Kraft. Vers 18. Vers 18. It says immediately there fell from his eyes. Da heißt es, und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Also, wie gesagt, wie Schuppen fiel es von seinen Augen. Und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf. Und dann, was passierte dann? Und er ließ sich taufen. Also, irgendwo haben sie Wasser für ihn gefunden und dort feierten sie eine, ja, hielten sie eine Begräbnisfeier ab. Denn das ist es ja, was eine Wassertaufe ist. Die Wassertaufe ist eine Begräbnisfeier für den alten Saulus, der gestorben ist. Der religiöse Verfolger ist tot. Der größte der Sünder ist tot. Das ist, was Paulus selbst über seine eigene Vergangenheit geschrieben hat. Sie hatten einen Funeral Service für den alten Saulus, der gestorben ist. eine Begräbnisfeier für diesen alten Saulus, der gestorben war. Er und Ananias taten das. Ich weiß nicht, wo sie das machten. Ich habe Leute selbst schon in Badewannen getauft. Wir haben es im Fluss gemacht. Wir haben Wassertaufen im See abgehalten. Wir haben auch einen Whirlpool, den wir hier auf der Bühne aufstellen und wir tun das gelegentlich auch hier. Stimmt doch, Gabi? Sie ist errettet worden. Das erste Mal, als sie hier reinkam. und Pastora predigte da eine Botschaft über die Bedeutung der Wassertaufe. Und es waren sechs neue Glaubende hier, die errettet worden waren und die auch die Wassertaufe haben wollten. Also hatten wir einen Sonntag, um das zu machen. und Gabi ist walking by the Laud on that morning und Brigitte says, come to church today. Sie said, okay. Und an diesem Morgen kam Gabi am Laud vorbei. Brigitte fischte sie und holte sie rein und sie sagte, ja, okay, ich komme mit. Es hat für sie drei Jahre gebraucht, dass sie hier irgendwann mal reinkam. Wir haben sie immer geliebt, jedes Mal, wenn sie hier zum Laud kam. Und dann fragte Pastora, ist hier sonst noch jemand? Und ganz plötzlich schnellte Gabis Hand nach oben. Ja! Also Pastora betete mit ihr das Errettungsgebet. Sie hatte nicht mal die passenden Klamotten dabei. Also haben wir für sie was schnell organisiert. Und dann hatten wir auch für ihren alten Menschen eine Begräbnisfeier, so wie für die anderen auch. Amen! Wir werden sehr bald noch eine weitere Feier abhalten. Und wir lassen euch dabei die Masken abnehmen. Ich sah neulich jemand mal schwimmen mit Maske auf, meine Güte. So wie wenn der Virus sogar im Wasser ist, meine Güte. Ich sah ein Bild von jemandem, der seinen Hund spazieren führte mit Maske auf. Und mein Bruder sagte mir, er sah jemanden in Amerika, der hat ein Loch in seine Maske reingesnitten, so dass er seine Zigarette rauchen konnte. Ich dachte mir, meine Güte. preis ein, es ist gut, dass wir darüber lachen können. Eines Tages werden wir eure strahlenden Gesichter wieder sehen. Amen! Vers 19. Und er nahm Speise zu sich, schließlich und endlich und kam zu Kräften. und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern. Nun erinnert euch, das waren genau die Leute, die er eigentlich verhaften wollte. Aber was passierte? Vielleicht hat Ananias ihn mitgenommen zu seinen christlichen Freunden. die Bibel berichtet aber, dass er bestimmte Tage mit den Jüngern verbrachte. Also er ist zusammengekommen mit Glaubenden. Man muss mit Glaubenden zusammen sein. Nun, wir sollen in der Welt sein, weil wir dort draußen unterwegs sein sollen, Menschen von Jesus zu erzählen. Aber es ist gleichzeitig gut, eine gute christliche Familie zu haben. Und das ist es ja, was eine Ortsgemeinde ist. Und wir sind so froh, um alle Ortsgemeinden, Familien Gottes sozusagen, hier überall in der Nation verteilt. Er ging also hin und er verbrachte etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Damaskus, natürlich die Stadt in Syrien. Und schaut euch das an. Und ganz sogleich was tat er? Er verkündigte, er predigte. Was machte er? Er predigte. Er predigte. Und was predigte er? Er predigte den Christus. Wo tat er das? In den Synagogen. Warum denn? Weil er ein Jude war. Und er wusste genau, dass das der Ort war, wo Menschen sich treffen. Und bevor er ein Christenverfolger war, war er ein Pharisäer der Pharisäer. Er war schon in der Synagogen Er war es also gewohnt, in den Synagogen Lehre über das Alte Testament zu geben. Und jetzt kommt er rein in die Synagoge. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie denken, er ist ihr bester Freund. Saulus ist hier. Er kam nach Damaskus um Christen zu verhaften. Er ist heute in der Synagoge. Lasst uns also zu ihm hingehen, um ihn anzuhören. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie kommen zusammen. Nun, ihr Leute hier, ich habe ein paar Nachrichten für euch. alles hat sich in meinem Leben verändert. Mein alter Mensch ist gestorben. Vor ein paar Tagen hatten wir eine Begreibnisfeier für diesen alten Menschen. Denn Jesus ist der Retter. Halleluja. Es ist exakt das, was passierte. Sie warteten eigentlich drauf, um was ganz anderes zu hören. Wie kann man das wissen? Schaut euch das an, was es hier heißt. Schaut euch das an. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Erinnert sich irgendjemand, was passierte, wenn Jesus sagte zu den Jüngern, dass ich der Sohn Gottes als er Gott Vater nannte, war das ein Schock, denn man nannte Gott nicht Vater. 49mal hört man in den Evangelien den Bericht davon, dass Jesus Gott seinen Vater nannte. Und sie sagten, wenn er sagt, dass Gott sein Vater, dann bedeutet, dass er sein Sohn sein muss. Und sie wollten Jesus deshalb töten. Sie wollten ihn die Klippe runterstürzen. Aber wisst ihr, was das Wort sagt? dann entkam er aus ihrer Mitte. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, wie er aus ihrer Mitte entkommen ist, weil sie ihn ja wirklich umbringen wollten, indem sie ihn runterstürzten, aber er ist einfach verschwunden. Und jetzt ist derselbe, der beteiligt war an der Kreuzigung Jesu, denn er war ja in diesem religiösen Hohen Rat, derselbe, der verantwortlich war auch für die Tötung des Stephanus, genau dieser selbe Mann, der all das hinter sich hatte, kommt jetzt in die Synagoge und sagt den Menschen, Jesus Christus ist der Retter und der Sohn Gottes. Ich sag euch, ich hätte es geliebt, an diesem Tag dabei gewesen zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat höchstwahrscheinlich einige dieser Jünger auch mit sich genommen und würde ihr nicht mit ihnen dabei gewesen sein? Du sitzt da drin und denkst dir, all die anderen haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und dieselbe Botschaft, die er aufhalten wollte, predigt er jetzt selber. Der Teufel schrie vor Schmerzen. Es hat angefangen, es hat angefangen. Ich hätte es so geliebt, dabei gewesen zu sein, ich sag's euch. vielleicht wenn wir im Himmel sind, werden wir einen Video mit Schnitt davon sehen, keine Ahnung. Ich denke, da wird es viel geben, was wir dann zu sehen bekommen. Könnt ihr euch Jesus vorstellen? Jesus, der weiß, dass er ihn repräsentiert hat. Ja, Saulus, ich weiß, ich weiß. Wisst ihr, das Wort sagt, dass alle Leute, die im Herrn gestorben sind, auch die Heiligen des Alten Testaments, dass sie jetzt in den Zuschauerrängen des Himmels sind und sozusagen dabei sind und zuschauen. Und sie haben höchstwahrscheinlich das hier alles mit angeschaut. Das wäre ein gewaltig starker Film und vielleicht kann Nigel da irgendwie ein Stück draus machen. Ich war schon mal in Schauspielen dabei und ich habe dort einen Doktor gespielt. Ich hatte eine Bohrmaschine und eine Holzsäge. Einen verrückten Arzt habe ich gespielt. Sehr interessant. Ja. The before and after. All right. Look at verse 21. Here it is. Schaut euch hier Vers 21 an und da kommt's. Aber alle, die ihn hörten, staunten. Das Wort staunen hier bedeutet noch viel mehr sie waren geschockt. Sie hörten nicht das, was sie erwarteten was sie hören würden. Sie konnten es fassen, dass dieser Mann Saulus stand stand und vor ihnen vor ihnen stand und ihnen den Christus verkündigte. Sie erwarteten etwas darüber zu hören, dass er nach Damastus kam, um die Christen zu verhaften. und neue Nachrichten und seine Strategie vielleicht zu vermitteln, warum er dort war und was er da tun wollte. Weil er ja ganz legal Autorität vom Hohenpriester in Jerusalem erhalten hatte, dort in Damaskus die Christen einzusammeln, um sie nach Jerusalem zu verschleppen. Und denkt mal drüber nach. Denkt ihr nicht, dass diese Synagoge wirklich randvoll besetzt war an diesem Tag? Mit religiösen Juden? Da solltet ihr besser mal glauben, dass als Saulus zur Stadt kam und in die Synagoge kam, dass dieser Platz wirklich randvoll war mit Juden. Oh, Halleluja. Halleluja. Und sie sprachen, ist das nicht der? Und sie waren wirklich geschockt davon. Welcher in Jerusalem die verfolgte oder zerstörte, wie es das Englische sagt, die diesen Namen anrufen. Und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen. Wow. Nun, zwischen Vers 21 und Vers 22 ist eine Zeitlücke. Und das werden wir im Galaterbrief herausfinden. Denn was tat Paulus sofort, nachdem er von neuem geboren wurde und die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat? Was tat er? Er predigte. Everybody say preach. Er lehrte hier nicht, sondern predigte. Warum denn? Weil er die Offenbarung noch nicht hatte. Versteht ihr? Er konnte das noch nicht lernen. Predigen ist spezielles Ausrufen. Erinnert euch, Paulus hat den Korinthern geschrieben und er redete dabei über das Predigen. Und er sagte, das erste, was ich tat, als ich zu euch nach Korinth kam, war, dass ich euch nach Korinth den Christus predigte. Und dass euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit basiert, sondern auf der Kraft Gottes beruht und er kam hin in der Erweisung der Kraft und des Geistes. Also er hatte die Basis. Amen. Und das ist, du musst wieder geboren werden. Du musst in Jesus als euer Saviour. Er ist der Sonne von Gott. Halleluja! Die Basis ist, von neuem geboren zu werden, wirklich Errettung zu finden in Jesus Christus, der der Retter ist und der der Sohn Gottes ist. Also er predigte. Und sie wussten, dass er sich verändert hat. Die Verfolgung hat aufgehört. Als er errettet wurde, hat die Verfolgung aufgehört. Warum? Weil der Teufel genau den verloren hatte, der die Verfolgung angeführt hat. Also da war eine Pause eingetreten. Und das ist eine gute Art und Weise, Verfolgung zu stoppen. Dass nämlich der Leiter der Verfolgung errettet wird. Und da ist dieser eine Mann in Afrika. Ich denke, sie nannten ihn den Maschinengewehrprediger. Dieser Mann war schrecklich. Bevor er errettet wurde, hat er jeden umgebracht, der an Jesus glaubte. Aber jetzt ist er ein ganz starker Prediger des Evangeliums. und direkt nachdem er errettet wurde, ganz ähnliche Situation wie hier, jeder hatte Angst vor ihm. Aber jetzt preis dem Herrn. Und er geht an diese ganz, ganz harten Pflaster. Wow. Also Paulus predigte, geht mal in Galater Kapitel 1. Galaterbrief Kapitel 1. Lernt ihr heute was? Wie wäre es denn, wenn wir auch heute ein paar von solchen Leuten von neuem geboren sehen würden? Wisst ihr, der Punkt ist, wir müssen für die Verlorenen beten. Und wir müssen auch für die beten, die wirklich große Stimmen von Einfluss haben. Also meine Frau, die Pastora hat hier zum Beispiel den Namen von Lady Gaga in den Gebetskorb hineingetan, weil sie wirklich gestoppt werden muss. Wir müssen auch für Beyoncé beten. die eigene Bibel geschrieben hat, ihre eigene Gemeinde gegründet hat, die ist wirklich voll doch ein Wind, die Frau. Und man fragt sich und sagt, wie können Menschen ihr nur so folgen? Ihr Leben ist doch total kaputt. Und es ist wegen dem Geist, der sie dazu drängt. Aber denk mal darüber nach, was wäre, wenn sie von neuem geboren werden? Wie Gott ihren Einfluss gebrauchen kann. Und es gibt mehrere, die von neuem geboren worden sind. Halleluja! Es gibt einen Mann namens Jeff Finholt. Er war der Frontsänger von Black Sabbath. Er war der Sänger für die Produktion in New York von Jesus Christus Superstar. Und wisst ihr was? Jedes Mal, wenn er diese Rolle spielte, kam da was in ihn rein. Und er hatte all das Geld und diesen Wohlstand. Und da kam die Zeit, wo Leute zu ihm nach Hause kamen. Das waren Bauarbeiter. Und sie waren Christen. Halleluja! Und Gott gebrauchte sie. Und Jeff Finholt wurde schließlich errettet. nun mittlerweile ist er ja zum Herrn gegangen. Aber er wurde zum Ende seines Lebens ein Prediger. Und ich selbst war in einem seiner Gottesdienste. Mann! Er hat dieses Lied gesungen. Was ist es? Er hat dieses Lied gesungen, wo er sagte, Du, oh Gott, bist Herr über die ganze Welt. Und das war so ein starkes Lied. Halleluja! Hast du ihn jemals gehört, Paola? Weißt du, wen ich hier meine? Einige dieser Musik war dasselbe, was auch ich so mochte und womit ich verbunden war. Bands wie Petra zum Beispiel. John Schlitt war auch ein Sänger, der aus der Welt war und dann zum Herrn kam und für ihn sang. Halleluja! Also, Paulus war einer von den Leuten. Nun geht also in den Galaterbrief Kapitel 1 und damit werden wir jetzt hier zum Ende kommen. Vers 15 Als es aber Gott wohlgefiel, der mich vom Mutterleib an ausgesondert hat und mich durch seine Gnade berufen hat, wisst ihr, was uns das klar macht? Wir wurden von unserer Empfängnis an berufen. Wusstet ihr das? Selbst bevor du von neuem geboren worden bist, hatte Gott schon einen Plan für dein Leben. Du bist wichtig. Sag mal deinem Nachbarn, du bist wichtig und ich bin froh, dass du hier bist. Also, als Paulus all diese Verfolgung wirklich tat, hat Gott ihn berufen gehabt, etwas zu tun. und das kann man nicht vergessen, wenn man einige dieser verrückten Leute dort draußen in der Welt sieht und all das verrückte Zeug, was sie machen und sie eben nicht das tun, was Gott gemäß ist, dann erinnert euch an folgendes, ist das Gott für ihr Leben. Irgendwo in ihnen drin ist der Zweck Gottes für ihr Leben. Und wenn wir sie dazu kriegen, wirklich zu Jesus zu kommen, durch Jesus Gott zu finden, wird Gott ihnen das zeigen. Und das ist unser Gebet, dass jeder hier wirklich sagt, finde du den Zweck Gottes, das ist so wichtig. Keine Zufälle. Ja, aber meine Eltern haben dich noch gar nicht geplant. Vielleicht haben sie dich körperlich nicht geplant, aber es war Gott, der deinen menschlichen Geist in dich reinlegte. Also willkommen auf der Erde. Amen. Don't go through life thinking you're an accident. Geh nicht durch dein Leben mit den Gedanken, dass du ein Zufall oder sogar ein Unfall warst. Verstehst du? Well, you know, I just didn't have a good father, I just haven't a good mother, I just something good. And you say, I have a good father or a good mother, God is your father, he is the love and he had a good plan for your life and he wanted We all got stuff. I promise you. But you know what? We came to the point that man died. We are new creations in Christ. When you get born again, you get a brand new start. Hallelujah. Denn wir sind von neuem geboren in Christus Jesus und mit dieser neuen Geburt haben wir einen ganz neuen Start mit ihm empfangen. Somebody do something Hallelujah. Hallelujah. und hat mich berufen durch seine Gnade seinen Sohn zu offenbaren seinen Sohn seinen Sohn in mir zu offenbaren und der ist in euch. Komm schon Gemeinde, wer ist denn in euch drin? Ihr habt den Geist des Sohnes, den Heiligen Geist in euch. Das ist es, was es wirklich bedeutet, von neuem geboren zu sein, wo Gott selbst in dich hineingeboren wird. Du wirst ein Teil des Leibes Christi. du bist mit ihm gestorben und mit ihm aus den Toten auferstanden. Paulus sagte also, nachdem er in der Synagoge von Damaskus fertig war, da ging er nach Arabien und er nahm sich Zeit und als er sich dort Zeit nahm, ist derselbe Jesus, der ihm erschienen war, gekommen und hat ihm Offenbarung gegeben von dem, was passiert ist. Ich bin jetzt in dir. Was schreibt Paulus im Kolosserbrief? Christus in uns, in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja! Er ist in euch! Und wie wird das zur Realität? Wo es anfängt, aus dir hervor, nach außen gelebt zu werden. Du empfängst die Offenbarung von Gottes Wort. Halleluja! Gottes Wort wird dir leben. Es ist nicht nur ein Buch, sondern das kommt direkt aus dem Herzen Gottes hervor. Hebräer 4, 12. Denn Gottes Wort ist lebendig. Es wird lebendig. Gottes Wort ist zum lebendig werden. Halleluja! Wenn du eine Offenbarung bekommst, bedeutet es, zu sehen, wo es dir lebendig wird. Jesus war das Wort, das Fleisch wurde. Oh, somebody do something. Mach mal jemand was! Halleluja! For the word of God is quick and powerful. Weil Gottes Wort lebendig und wirksam ist. Es wird lebendig und dann wird es kraftvoll. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wisst ihr, was das bedeutet? Zweischneidig Das hier ist nicht scharf. Also macht euch keine Sorgen darüber. Aber zwei Schneidkanten. Ich habe manchmal Leute hier rein und die fragen mich, wie kommt es, dass du am Pulten schwer hängen hast. Ich verspreche es euch, das ist okay. Das hier repräsentiert, was die Bibel Gottes Wort nennt. In Ephesians 6, Hebräer 4, 12 Das Wort soll kraftvoll sein. Es sollte eine Waffe sein. Das ist einer der Zwecke davon. Nun versteht ihr jetzt vielleicht, warum der Teufel das aufhalten wollte. Er will deine Waffe entschärfen. Denn wenn du diese Waffe in dich reinkriegst, sind seine Tage vorüber. Also du wirst ihn in deinem Leben wirklich sozusagen vermöbeln. Du hast etwas empfangen, um ihm wirklich Widerstand zu leisten. Halleluja! Aber es ist ein zweischneidiges. Was bedeutet, dass beide Klingenseiten geschärft sind? Und wisst ihr, was es im Griechischen sagt? Und das ist so kraftvoll. Das sage ich euch nächsten Sonntag an. Nein, ich mache Spaß. Ich komme hier wirklich zum Ende. Dieses zweischneidig bedeutet eigentlich im Griechischen zweistimmig. Und wer ist die erste Stimme? Es ist Gott. Denn das kam von ihm. Und dann, was passierte? Er schafft das in dich rein. Also er sprach es. Und dann schafft er das in dich rein. Und dann fängst du an, das zu sprechen. Und du sagst das, was er sagt. Erinnert euch? Was hat Jesus in der Wildern gemacht? Was tat Jesus in der Wüste? Er sprach, es steht geschrieben. Der Teufel kommt daher und versucht dir, einen schlimmen Tag zu verpassen. Mit irgendwelchen Lügen. Und du weißt aber genau, was Gottes Wort über dich sagt. Es steht geschrieben. Halleluja. Halleluja. Es steht geschrieben. Also wenn du dich selbst voll auflädst mit dem, wer du in Christus bist, dann ist Zuversicht da, um Glauben freizusetzen und im Sieg zu wandeln. Und du hast was zu sagen. Gott will durch dich Dinge sagen. Halleluja. Habt ihr heute was gelernt? Also wir werden morgen Abend damit fortfahren. Und diese Woche wir werden zu Petrus kommen. Am Ende ist in Apostelschichte 9 eine kleine Veränderung. Und dann gehen wir ein Stück weiter vorwärts mit Petrus. Und dann in Apostelschichte 7 Und dann in Apostelschichte 11 kommen wir wieder zurück zu Paulus. Wir haben wirklich Kraftvolles, in das wir diese Woche eintauchen. Habt ihr heute was gelernt? Also ich weiß, ihr werdet eine gute Woche haben. Amen. Halleluja. Betet für diese Leute. Für die Leute, wo du sie vielleicht anschaust und deinen Kopf schüttelst und dich fragst, wie können sie nur so dummes Zeug machen? Wie können sie nur sowas anstellen? Nun, erinnere dich dabei, sie sind noch nicht errettet. Und was tun Sünder? Sie sündigen. Es sollte uns nicht groß schocken. Sünder sündigen. Amen. Sie tun Dinge, die Gott nicht tut. Aber wir beten für Unterbrechungen. Gott hat viele Unterbrechungen. Er hat viele Zeichen und Wunder. Betet für Deutschland. Betet für Markus Söder. Hallo. Betet für Markus Söder. Angela Merkel. Und für Angela Merkel. Du magst vielleicht nicht mit allem übereinstimmen. Das tue ich auch nicht. Aber ich kenne die Kraft von Gebet. Ich bete auch für Joe Biden. Obwohl ich nicht mit ihm übereinstimme. Ich bete zum Beispiel, dass Jesus direkt in sein Schlafzimmer reinmarschiert. Oder was auch immer nötig ist, damit er umkehrt. Halleluja. Betet für Putin. Betet für die Präsidenten eurer Länder. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Und gebrauche uns diese Woche, dass wir weiterhin dein Wort rausgeben in dieser Stadt. Und Vater, wir heben dir die hin. So wie uns dein Wort ja sagt, dass wir beten sollen für Könige und alle, die in Autoritätspositionen über uns eingesetzt sind. Das ist eins der Dinge, die wir tun können. Und das gibt dir dann das ganz legale Recht, in ihrem Leben wirksam zu werden. Und wir wissen, dass du am Wirken bist. Wir wissen, dass Menschen Chancen gegeben werden, weil Leute beten. Und das halten wir hoch. Halleluja. Herr, dass wir vorwärts gehen können in dieser Nation. Türen der Gelegenheiten und Eingebungen. Dass sie uns gegeben werden. Damit dein Wort sich ausbreitet. Und das Leben verändert werden. Dass Menschen zur Erkenntnis von dir gelangen. Dass sie die Liebe kennenlernen. Und die Freude und Frieden finden. Und Heilung. und Wohlstand. Und alles, was du für uns bereitgestellt hast. Halleluja. Danke, Herr. Und weißt du, wenn du heute hier bist, vielleicht lass uns mal alle zusammen die Augen schließen. Ich möchte jedem die Gelegenheit geben. und ich weiß, dass wir auch online Leute mit uns hier verbunden haben. Und wir sind froh, dass ihr dabei seid. Aber vielleicht bist du heute hier. Und du hast Jesus noch nicht angenommen. Und ich meine damit nicht, nun, ich habe das und jenes getan und bin zur Kirche gegangen. Sondern ich meine wirklich, dass du gebetet hast, um Jesus in dein Leben aufzunehmen. Und dass du wirklich darauf zurückgehen kannst, wo du das gemacht hast. Und was das bedeutet, ist, dass du ein ganz einfaches Gebet sprichst. Weil du erkennst, dass Jesus der ist, der für dich gestorben ist. Du konntest dich selbst nicht erretten. Niemand von uns konnte jemals genug Gutes tun, um Gottes Vollkommenheit gleich zu werden. Keiner von uns konnte das. Und genau deshalb kam Jesus. Er lebte vollkommen. Und als er dann ans Kreuz ging, das Kreuz war für die Schwerstverbrecher. Und als er dort am Kreuz hing, da war es anders als sonst die ganze Zeit über, wo Gott sein Vater war. Aber am Kreuz dann wurde er dann zur Sünde gemacht mit unserer Sünde. Und er schrie aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war deshalb, weil Gott nicht in Gemeinschaft mit Sündern sein konnte. Jesus war kein Sünder, aber er wurde zur Sünde gemacht mit unserer Sünde. Und dann ging er damit in die Hölle. Und das tat er für uns. Und ich bin so froh, dass er das gemacht hat. Gott möchte nicht, dass irgendjemand dort hingeht. Denn er hat die Hölle geschaffen für Satan und gefallene Engel. Aber wenn der Mensch festhält an der Sünde, dann hat Gott keine Wahl. Aber wenn wir Jesus annehmen, dann lassen wir die Sünde los, weil Jesus sie auf sich nahm. Und wir empfangen Gottes Vergebung und damit seine Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt, dass er aus den Toten auferstand. Und wenn wir das glauben, von ganzem Herzen, wenn wir das beten und bekennen, so einfach, wo du ganz einfach sagst, Jesus, ich glaube an dich. Du starbst für mich und hast am Kreuz meine Sünde auf dich genommen. Er ging in die Hölle und ist aus den Toten auferstanden. Und ich bekenne dich als meinen Retter und meinen Herrn. Und wenn du das von Herzen tust, hast du damit das wichtigste Gebet deines Lebens gesprochen. Und die Bibel sagt, damit wirst du ein ganz neuer Mensch. Und genau das ist es, was mit Saulus passierte. Und das kann auch dir heute passieren. Also wenn du sowas noch nie gebetet hast, am Internet auch, wenn du das noch nicht gebetet hast, dann möchte ich jetzt mit dir beten. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich möchte damit beten heute. Also heb mal deine Hand und ich bete mit dir. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, wir werden dieses Gebet jetzt sprechen. Und auch ihr am Internet, ihr könnt mit mir mitbeten. Dann werden wir in Kürze hier fertig sein. Jesus. 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 Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du am Kreuz meine Sünde auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du am Kreuz meine Sünde auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du in die Hölle gegangen bist. Ich glaube, dass du in die Hölle gegangen bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich. Als meinen Herrn. Als meinen Herrn. Und als meinen Retter. Und als meinen Retter. Ich bin jetzt von neuem geboren. Ich bin jetzt von neuem geboren. Und Gott, du bist mein Vater. Und Gott, du bist mein Vater. Das ist kraftvoll. Wenn du das jetzt zum ersten Mal gebetet hast, dann sag uns doch Bescheid. Und wir werden mit dir jubeln. Hast du gebetet? Halleluja! Gott kam jetzt, um in dir zu leben. Ah, wir jubeln mit dir. Halleluja! Ist das nicht großartig? Wie viele von euch erinnern sich an den Tag, wo ihr das Gebet gesprochen habt? Halleluja! Wir jubeln heute mit dir. Wirklich begeistert über dich. Du hast das gewaltigste, beste, wichtigste Gebet überhaupt gesprochen. Wow! Ja, wir jubeln mit dir. wir jubeln mit dir. wir jubeln mit dir. einen Taggabend mit dir. Bist du in dir? Ja,